Guten Morgen, Harry Hurtig für Sie am Strand von Maspalomas. Heute mal ganz sportlich. Heute müssen Sie mit Harry joggen gehen, ob Sie wollen oder nicht. Wir haben 26 Grad und es ist jetzt genau 9 Uhr und 14 Minuten. Sie sind jetzt mit dem joggenden Harry Hurtig unterwegs zum Wasser. Hier der Strand von Maspalomas. Ich muss nicht viel erzählen. Hoffentlich wird Ihnen nicht schwindelig beim Zusehen, aber das geht nun nicht anders, denn heute sind Sie live dabei. Harry Hurtig beim Joggen. Ich glaube, es erübrigt sich. Jeder Kommentar wäre überflüssig. Wie schön hier, wie es ist. Ich glaube, es erübrigt sich. Jeder Kommentar wäre überflüssig. Wie schön hier, wie es ist. Wir helfen Ihnen. Schauen Sie auf unsere Checkseite Radio Check 7x24 Facebook oder auf www.check7x24.com. Das Wettervideo von heute, vom 21.10.2016. Upsa. Hier waren die Steine noch. So, und mit diesen Bildern möchte ich dieses Wettervideo für heute abschließen. Blick auf die Berge. Blick auf die Berge.